hallo mein name ist mariana und herzlich willkommen bei meinem kanal heute werde ich käsekuchen backen für das benötigen wir 6 eier 200 gramm zucker ich nehme erythrit 100 prozent weil null kalorien hat ein esslöffel vanille essenz 750 gramm topfen 250 gramm butter oder margarine 5 esslöffel mehl ich nehme dinkel vollkorn mehl 5 esslöffel gris ich nehme dinkel gris 400 gramm sauren zwischen 100 und 200 gramm rosinen so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke fürs Anschauen! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte abonniert meinen Kanal für regelmäßige Kochvideos und stellt mir eure Fragen zu dem Rezept in den Kommentaren. Ich werde alle beantworten. Viel Spaß beim Nachkochen! Untertitelung des ZDF, 2020